So, bin ich jetzt? Was haben wir jetzt auf den Karibischen Inseln? Der war. Einen Stein, wo man dran lecken muss. Ich finde es doch cool, wie es sich dann verändert, die Atmosphäre. Ich muss jetzt im Kreis gehen. Ja. Ich erkenne nicht viel drauf. Warte, geh mal nochmal rein. Dankeschön. Das ist versperrt. Überall Mikros. Steinwerfer, alles, was man für einen guten Dreh braucht. Licht ist ganz wichtig. Mr. Hardy. Rump für alle da ist, alles klar. Rump für alle da ist, alles klar. In Wahrheit, ist der Kapitän gar nicht so nett. Hat jemand Kreide gefressen und dann Durchfall gehabt? Ich wollte doch noch im Kreis gehen, egal. Ach, hier war ein André. Da waren wir doch schon, ne? Okay. Tür. 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 so eine Puppe auf dem Reh. Der Strich geht da hin. Zu der Tür. Ah, ok, ich muss da durch. Schau, wie das so ein hässliches Gemälde ist. Das ist aber extra Teufelsöne drauf gemalt worden. Ist das die Vorstellung von dem Reh. Reh. Das Gold, da ist ein Schatz. Du bist auf dem Schatz sucht, oder? Ja. Hallo, hallo und goodbye. Da ist ne Nummer drauf. 9, 2, 26 oder? 20, 26. Ok. Aua. Das tut weh. Filmposter. Dieser Freund ist wunderschön genug, um den Fuhl zu spielen. Kannst du langsam, falsch rum. Kannst du langsam drehen. Ja. Ist zwar sinnlos, aber ich will es trotzdem machen. Ah, das tut das, das strengt an mit der Maus. Ich war's ganz schnell. Geis drehen. Komm schon. Komm schon. Ah. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber es war lustig. Das ist auch so. Wollte ich mich geboren, oder ob ich da oben war? Ach, nein. Deos. Wir kommen immer mit einem Wachstum. Figuren, Fäden, Vorschriften aus dem Vergangenheit. Wrapped in a heavy old bag Ganz kurz, die muss ein bisschen lauter Ausverkauftes Geht das da auch? Ja, aber ich mag es jetzt nicht, das dauert mir zu lange Ausverkauftes Theater Könnte sein Sehr schlechte Frames Ich bin gestaltlos Muss ich das machen? Gönn dir Hallo Oh, kann ich mal Lebreizend Ein Act of Creation Always begins With an Act of Destruction Nein Stimmt nicht Man beginnt nicht ein Act der Zerstörung Äh Man erschafft nichts, indem er was zerstört Recording Man muss das nicht machen Ich kann auch was da schaffen, ohne was zu zerstören So viele Vorhänge Jetzt gehen wir mal erschießen Action Ich erschieß doch niemanden Ich warte mal Ich finde ihn echt dämlich Ja, ich ja schon, aber Okay, so gar nicht schieß Ich muss so Die Kugel geht daneben Nichts gegen Frauen Der Mann Äh, ich schieß einfach mal auf rechts Äh, nein, so hab ich nicht geschossen Nein Ein einfacher Tast Und die Exeggung Wahrhaftig Instinktiv Pure Das wird es Für jetzt Ah, so wähle ich dann den Weg Ich muss einer schießen Den Ob rechts oder links Oh, 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 oh Die Vase ist kaputt gegangen. Die Vase ist kaputt gegangen. Ist das ein Schlagslöch oder was? Was soll ich darstellen? 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 Das war so toll. Das war wirklich toll. Speichert. Das war doch gerade eben noch nicht da, oder? Ich glaube, jetzt passiert das, was ich vermute. Ich glaube, jetzt passiert das, was ich gemeint habe, glaube ich. Was ist da jetzt auf ihr zwei? So toll. Oder? Ich hoffe noch nicht. Ich bin eigentlich noch nicht ganz bereit dazu. Das war's. Alter. Was soll sie machen? Nicht geht. Das war's. 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 Das ist das erste Kapitel lang. Oh Gott, ich schwitz so hart. ja das ist ja mal die war weg von mir diese filmstreifen ach war das jetzt das sozusagen die zähne dass jetzt das monster hinter mir her ist das jetzt also würde man das dauernd so durchmachen das wäre viel geiler dass es daran kommt man auch das weiter sehen ja nicht darauf umhacken und mr hardy das chart will die das away from peril an inter safe harbour Oh, die Chamska sind echt übel hier. Du solltest nicht mit Strangers spielen, sie würde das nicht lieben. Sie liebt es nicht, wenn du mit jemandem nur sie spielst. Sie liebt es nicht, wenn du mit jemandem nur sie spielst, aber warum ist sie egoistisch deswegen gut aus? Also, das Story... Ach, ich hab doch gerade... So, das ist kein Koffer. Oh. Die Story kommt bei mir nicht ganz gut. Wen spiel ich? Hallo? Hallo? Wahrscheinlich sie. Die Lilly. Schauspiel. Okay. Schauspiel. Das dreht sich auf jeden Fall über Schauspiel. Wir sind im Flachtraum und gehen jetzt zur Safe-Spot, oder? Ich denke, da ist etwas im Flachraum. Ich denke, da ist etwas im Flachraum. Schhhhhh. Niemand kommt. Hallo? Hallo? Wer ist da? 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 Wie kann es da sein? sich selbst! Da hat mir das erste Geräusch schon gehört von diesem wäderlichen Typ. Ich hoffe, das kommt euch schon im nächsten Kapitel vor. Ich weiß, da habe ich noch keinen Bock drauf. Scheiße, ich hab's... Wünscht mir Glück. Der ist nicht der... Okay, weiter. Ja, 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 das ist er. Oder? Ich sag doch, das ist so widerlich, das ist so ekelhaft. Boah, ich kann nicht rücksetzen. Hm. Ich sag doch, das ist so. Ich sag doch, das ist so. Ich sag doch, das ist so. Wenn du es schreckst! Ich sag doch, das ist so. Lilly, ich, ich... Ich habe Angst. Du solltest dich Angst. Du kennst das, wenn sie uns finden. Sie werden uns zurück keiratet. Das war's für mich. Die Tür ist hinter dir. Das macht es so ein bisschen Kaputt Ah, es ist so cool Wasch mal in der Waschen. Ist aber schön, dass es bald aufhört. Leider wird diese Zähne nicht nur einmal da sein. Ja, das ist der Nachteil. Und das Blöde. Okay. Das ist nicht gewesen. Wir sind jetzt in den obersten Teil der Burg. Diese spezielle Umgebung hat ein spezielles Platz in meinem Herzen, als ich selbst nicht weit von hier bin. Ich bin selbst. Ein paar Dinge haben sich verändert, es scheint, für besser oder schlechter. Ich sehe Kinder spielen in den Straßen, nicht in ihren kleinen Linden. Wenn es nicht für ihre schäbige Kleidung ist, könnte man fast vergessen, die krörenden Pobenz, die so viele von den lokalen Familien verletzieren. Aber was haben wir hier? Ein Junge. Auf einem Parkplatz, allein. Vielleicht wird er nicht mehr, wenn wir den Kopf ein bisschen öffnen. Schönen Tag vonzejrungen. Eine schöne Zähne. Wie ist die Zähne? Eine schöne Zähne. Frau Töne... Wir wollen die, die, die... Eine schöne Zähne. Eine schöne Zähne. Was ist deine Zähne? General. Jeuntche. Million Cells. Ah, zwei Dias gefunden. Ist der Regisseur oder die eine, die diese Rolle spielt und mega berühmt ist? Oder eher geht auf das Schiff? Soll das darstellen, wie man sich aufs Schiff, die einen aufs Schiff gestrichen haben? Ich setze die Maske auf. Was? Rechakt. Okay. Jeder kann eine perfekte Rolle spielen. Ja, aber nicht jeder kann jede Rolle perfekt spielen. Da habe ich nichts gefunden. Was ist das hier? Das ist voll toll gemacht. Drei Poster. Da ist die nächste Rolle. Die Jagd. Aber die werde ich jetzt noch nicht spielen. Das erste Kapitel war echt lange. Das war echt wirklich lange. Ich gehe jetzt schon mal rein. Ich lese jetzt in Seite durch. Ah. Was bewegt mich alles? Was will ich? Was brauche ich? Hm. Was sind meine Stärken? Was sind meine Stärken? Durchgestrichene Schwächen? Für eine perfekte Rolle zu spielen braucht man Stärken und Schwächen. Wer? Wer? Jagd mich? Sucht mich heim. Also der Typ, der was hinter uns her ist, der jagt eindeutig uns. Und da der uns jagt, als die nächste der Hand, äh ne, danke. dann sage ich mal bis hierhin tschüss dann zieht was ich im zweiten kapitel eine stunde 27 der anfang war echt schön und dann ging es los das spiel ist mega gut mega gut wer selber spielen möchte alleine wenn man spielt ist also wenn man es selber spielt ist die atmosphäre und alles noch viel besser als wenn man es nur wozu schaut dann schönen tag noch und tschau